Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir versuchen heute wieder unser Glück und wollen mal schauen, wie weit wir es schaffen und ob wir vielleicht mal escapen. Bis jetzt hatten wir noch nicht so ein Glück heute. Oh, das ist ein Überlebender. Ich hatte gerade richtig... Ich hab Herzschlag. Er ist bei mir! Alter, das gibt's doch nicht. Warum? Warum? Warum hast du mich gesehen? Wo bist du? Boah, verdammt! Ich hab ihn aus den Augen verloren. Ich häng schon wieder so schnell. Ja, so ging's mir gestern. Oh, er hat ne fröhliche Seite. Wo hängst du denn? Noch häng ich nicht. Jetzt häng ich. Aaaaaah! Oh, ey! Oh, ich wurde aber schnell ge... Nein, lauf! Okay, er hebt dich auf. Oh, in welche Richtung läuft der? Warte, 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 warte. Oh, wurde schon... Wurrt schon gerettet. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier erstmal wieder ein Jen finde. Und eventuell geheilt werde. Das wäre natürlich auch ziemlich nice. In der Ecke bei einer der Fluchttüren. Also am Rand der Map. Ich sehe ein Jen auf jeden Fall. Warum stehen die Jen eigentlich so offen? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinlaufen soll. Da ist ne Palette. Aber die rettet mich nicht. Okay, da kommt ein Dude. Ey, aber nicht herkommen, wenn du sie jetzt verkackst, du Bobo. Ja, ja, ja. Edgar. Minky heißt der. Also ich kann Killer bis jetzt nicht sehen. Ich habe dir doch gesagt, nimm die Finger davon, wenn du es nicht kannst. Also ehrlich jetzt mal. Ich habe es verkackt eben. Wovor läufst du weg? Hättest du nicht was sagen können? Wo ist der Killer hin? Ja, wenn du zu lange auf einer Stelle bist. Ah, okay. Er jagt gerade den Typen. Mal den Jen weiter, wa? Ah, habe ich auf den Killer geachtet? Okay, das war jetzt natürlich mega dumm. Er weiß ja jetzt, wo ich bin. Ja, genau. Ich muss hier weg. Er hängt ihn hier am Haken, damit er gleich zu mir weiter kann. Oh, hier im Haus ist auch ein Generator. Ich bin mal nach oben gelaufen. Der Killer ist jetzt an diesem gelben Bus-Schnee-Mobil. Oh. Bin mir nicht sicher, ob ich hier runterjumpen kann. Ja, alles cool. Hängt der Bubo noch? Wo ist denn der? Nee, der hängt da am Haken, ne? Okay, wenn er wieder frei ist. Ach, steht ja auch da. Was, Generator? Wenn du einen von den Skill-Checks verpasst hast, ist es besser, du wechselst den Generator. Nö, ich find ja keinen. Wenn du den verpasst, wird ihm das, glaube ich, angezeigt. Bist du im Haus? Nee, oh Gott, du bist ja mega weit weg. Ich guck gleich mal, ob ich das schaffe zu dir. Kann aber sein, dass der Killer gleich bei mir ist. Er läuft gerade zu dem Jen, der gerade fertig gemacht wurde. Und er lockt ihn wieder zu mir. Oh, der Killer kommt, der Killer kommt. Ich schaff den Jen. Ich hab's verkackt. Er hat sich umgedreht in meine Richtung. Ich hab's verkackt. Ich häng gleich. Oh nein, ich wollte was anderes machen. Ich kann hier nicht rüber. Ich geh die Treppe einfach hoch. Ich weiß, wo die Palette steht. Übrigens, der Typ kann mit Messern schmeißen. Ich glaub, der war im Zirkus. Das ist hinter mir. Das kann nicht sein. Ich hab ihn noch voll ausgespielt. Das hätte er nie durchblicken können. Du Schwein. Ich glaub, ich häng jetzt das zweite Mal. Ja. Oh, ist das ärgerlich. Und er freut sich. Ja, lach nur so dreckig. Oha. Okay, alles cool. Ich wurde gerettet. Oh ja. Ja, heil mich. Heil mich. Das ist gut. Wo bist du gerade? Im Haus. Er macht diesen komischen Dings. Ich zerstör mal das Totem von dem Typen. Der Killer ist auch beim Haus. Hab ihr... Ja, ich hab ihn möglicherweise weggelockt. Also auf jeden Fall wechsele ich die Position. Jetzt muss ich halt wieder einen neuen Gen finden. Der ist schon fertig, ne? Nee. Ist noch nicht fertig. Ey, Minky. Soll ich dir mal helfen? Ja, guck mal. Ich hab richtig flinke Finger. Kabel. Meine Spezialität hier. Kabelsalat reparieren. Du spielst deine Kolben, wa? Warum lacht denn der so dreckig? Ich hab doch gesagt, der war, glaub ich, beim Zirkus. Jetzt bin ich auch doof, ey. Wir sind jetzt zu dritt hier an einem Gen. Sind wir nicht. Sie ist weitergelaufen. Aber wir haben gleich ein Pär-Dich. Wie oft hinkst du schon? Wir laufen ja alle in die gleiche Richtung. Das ist natürlich doof. Das hat, glaub ich, nichts damit zu tun, wie lange, wie oft du hinkst, sondern wie verletzt du bist. Okay. Mich nervt das, dass ich nicht ein so'n Ding schaffe, ey. An welchen, äh, Haken bist du denn? Ich bin tot. Achso, ja, okay. Ah ja, jetzt sehe ich's auch. Okay, Killer ist im Haus. Ist es denn der Gen hier wieder auf Null? Ah, das tut mir so leid. Den hab ich das letzte Mal schon verkackt. Der hat's echt in sich. Ciao, Minkie. Tut mir leid. Es war keine Absicht. Ich hoffe, er ist nicht nachtragend, dass ich den Killer zu uns geholt hab. Er ist sowieso doof. Nein, ist er nicht. Oh, da ist der Killer. Ah, das ist ja doof, ey. Da ist ein Gen und da ist ein Gen. Ist der Gen im Haus fertig eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Der Killer ist ja halt gleich hier vorne, ne? Ich seh bei der Silhouette nix. Ist Miki jetzt auch? Oh ja, toll. Können wir den zum Beispiel gar nicht mehr retten? Ich nehm jetzt mit einen von den schlimmsten Gents. Jetzt bin ich aber nervös, du. Äh, Tourette Finger machen sich wieder breit. Du hast jetzt einen Killer auch nicht gesehen, ne? Bei mir jetzt im Bild. Wir sind doch, glaub ich, nur noch zwei... Ja, wir sind zwei Leute nur noch. Hast du hier mal die Bodenluke gesehen, als du hier langgelaufen bist? Ne, ne? Ich hab die auch nicht. Ich seh die nie. Die muss an irgendeinem Haus sein, da. Bestimmt hier vielleicht in dem Kleinen. Er passiert hier immer die ganzen Zähigkeiten. Der andere Dude? Oder meinst du mich? Ich? Aber ich verkack's auch oft genug. Das muss ich zugeben. Nee, ich? Ich hab's noch nicht mal eingeschafft, ey. Macht der andere auch einen Gen? Keine Ahnung. Weiß gar nicht, kann man überhaupt die Leute switchen, indem man zuguckt? Nee, ne? Ja, doch. Keine Ahnung. Bestimmt. Ich weiß nicht, ob Martin auf Tod ist. Okay, jetzt wollen wir nochmal Gents angezeigt. Oh, ich hab gedacht, vielleicht ist hier die... Wo liegt sie denn? Bestimmt irgendwo da. Warte, 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 warte. Die liegt da hinten. Oh, der ist ja mega runter. Die sind alle mega runter, ne? Oh, das ist ja richtig kacke. Der ist ja prinzipiell... ...ist der gleich um die Ecke. Hat sie eine Chance? Er kommt zu mir. Mist. Ach, ja. Das mit dem Messer werfen, das schatze. Ich hab halt auch keine Ausdauer mehr. Ich war verloblich. Das hat er nicht gesehen. Nein! Er hat's gesehen. Scheiße. Ich wär auch gern der Killer, ey. Gefühlt hat er's einfacher, ne? Nee, ist einfach geiler. Wenn du die Leute killst, ey. Wenn du schnappst... ...denkst, ha, ha, ha. Nicht mit mir. Tja. Wir haben's leider nicht geschafft. Mal wieder. Mal wieder. Ja, aber... Wir haben's noch nie geschafft. Aber die Runde war schon recht gut. Also, ich hab sehr lange überlebt für meine Verhältnisse. Ich werd besser. Ob wir's das nächste Mal schaffen oder nicht, das seht ihr nur, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Ja, die Antwort ist natürlich, wir schaffen's das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.